Die Hände Die Scherenketten rasseln an den Händen, kein deutscher Mann nie mehr zur Seite steht. Der Henkersknecht steht in der Mitte, er ließ ihn jetzt als Todesurteil vor. Der Henkersknecht steht in der Mitte, er ließ ihn jetzt als Todesurteil vor. Ja, meine Herren, ich bin bereit zu sterben, ich heg mein Leben für die Freiheit hin. Nur eines liegt mir schwer am Herzen, das ist mein heiß geliebtes Weib, mein Kind. Nur eines liegt mir schwer am Herzen, das ist mein heiß geliebtes Weib, mein Kind. Diesen Brief, den gebt ihr meinen Freunde, und diesen Ring, den heiß geliebtem Weib. Und diese goldene Uhr, die Kleine, die lebe trichert meinem Sohn daheim. Und diese goldene Uhr, die Kleine, die lebe trichert meinem Sohn daheim. Die erste Kugel traf ihn in die Schläfe, die zweite seiner Brust vor Heer und Ruh. Und so erschossen sie den Treusten, den kühnen Freiheitskämpfer Robert Blu. Und so erschossen sie den Treusten, den kühnen Freiheitskämpfer Robert Blu.